so ja wer sich gewundert hat ich werde ich habe die letzten tage erst mal nur eins online gestellt also online stellen lassen was einfach daran begründet war oder begründet liegt dass die folgen ja doch relativ lang geworden sind mit je fast einer stunde von daher sollte eine folge prozeit für die breite so war schon was erwartet level 13 station erst willkommen auf der erde so 30 gegner sieht schon mal überschaubar aus leckon mio oh gott oh gott ich will nicht mehr oh 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 What the fuck? Oh my god Die haben geilen Sound. Gefällt mir. Warum sind denn gleich zwei vor der Tür? Einer würde vollkommen ausreichen. Es sind gleich drei, ich glaube, ne. Oh Mann, Alter. Wieso denn da? Wieso? What the fuck? Ach, keine Ahnung. Habt keine Ahnung, wer das machen soll hier. War das nicht gerade 3? Da geht los in 3! Ahhhh! Ich krieg hier doch ein Virus. Ah, der leckt mich drauf. Oh, wieder verschwunden. Ich hasse, dass diese Türen immer so destruktiv arbeiten. Oha! Ah, kommt! So! Was ist das? Waaaaaat? Waaaaaat? Oh Mann, der Ding ist schon wieder ab. Oh, rot und gelb. Fuck you. Fuck you. Okay, Henn. Oh, my. Ich habe Scham bekommen, obwohl ich soweit oben war. Hallo. Das hat genau gar nicht funktioniert. So, jetzt auch. Ich sehe die nicht mal. Gott, doch. Aber die bewegen sich extrem schnell. Ah, gut. Wo muss ich denn da lang? Ah, ich muss doch da hinten. Okay. Ich habe nicht mehr. Hallo. Ah, ich mag nicht. Alter, wie ist das? Ach, klar. Weil ich immer durch den Teleporter durchrennen. Ich glaube das nicht. Okay. So, der D.A. ist auch schon ausgelockt. Können wir ja nochmal versuchen. Hm? Äh, komm ich denn hier ran? Äh, komm ich denn hier ran? Wuhu. Hardcore und so. Meine Fresse, ey. Wie denkst du sowas aus? Das wird jetzt nicht mehr um 2. Das wird jetzt nicht mehr um 2. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das kann ein Eiter werden. Ah, hallo? Ah ja, dass du? Fertig doch mal. Ich habe noch einen Eiter. Oh mein Gott. Ich habe noch mal einen Eiter. Neils! Eh! Ja! Ja! Ja, ja. Wunderschöne. D.A. Ja! Ha ha! Ich hab doch gesagt, I will eat your babies! So! Ich hab noch weiter! Oh Mann! Oh Mann! Immer diese Map-Designer, die Spaß an Revenants haben! Geht's nicht wieder hoch? Ja, geht wieder hoch! Okay! Da müssen wir gucken! Ha ha! Okay! Haben wir erstmal alle angelockt! Okay, alle weg! Sehr schön! Und dann kann ich jetzt hier... Danke! Mitnehmen! Okay! Ah! Oh Mann! Oh Mann! Chance Steffer! Man. Ja! Ugh! Was? Was? Zooo Okay Achso, ich komme nicht mehr hoch, oder? Doch komme ich! Sehr schön Dankeschön Ach du Scheiße! Oh! So Hier ist der nochmal aktiviert Ja, kriege ich es Okay, alle aktiviert So, dass das alles nicht ins Krasse gehen kann Gut Danke, wer jetzt erkennt, was habt ihr? Ja Yeah So, haben wir schon mal eine geheime Falle für später ausgehebelt Schade Schade Das ist ein Secret Also das wieder hoch Irgendwann sagt man, dass ich hier gar nicht hoch möchte Ja Ich bin wieder runter! Danke Okay Okay Nein Die da Da ist noch einer Jungen Die da Lots Und ja So, noch 30 Gegner wie vor uns. Ah! Äh... Okay, okay, okay. Wir müssen beide holen. Frage ist Musik. Wow! Also so schweinlich. Ah! Okay, jetzt ist die Falle, wo die Web-Netzteile offen waren. Oh. Oh, fuck. Aua! Gott, wie ist denn hier? Ach du Scheiße. Wo kommst du denn jetzt her? Okay. Wofür ist denn das Gelbe? Oder muss man da noch mal? Oh Gott! Oh Gott, oh Gott, oh Gott! Oh Gott. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020